Man kann ja echt irritiert sein, wenn man so in die Welt hinausschaut, wie sich so die ganze globale Lage entwickelt, wie sich gerade auch der Krieg in der Ukraine zuspitzt. Und ich habe heute Morgen einen Psalm in der Bibel gelesen, der mich echt ermutigt hat. Und ich möchte dir diese Ermutigung auch zusprechen. Hier lesen wir im Psalm 32. Da schreibt der David, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünden verdeckt sind. Also da sagt er eigentlich nichts anderes als, glücklich kannst du sein, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Und dann ein bisschen weiter unten heißt es, deswegen werden alle Heiligen in der Zeit der Not zu dir beten. Wenn dann große Wasserfluten kommen werden, dann werden diese dich nicht erreichen. Was für ein starker Bibeltext. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du in den Zeiten der Not keine Angst haben müssen, weil die Wasserfluten, wenn die auch kommen, die kommen nicht bis zu dir durch. Doch die Fluten kommen nicht bis zu dir. Und dann sagt er hier, du Gott bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten. Wenn diese Angst auf uns kommen will, wenn die auf uns niederregnen will, uns durchtränken, uns nass machen will, dann wird diese Angst einfach an diesem Gott abperlen. Und dann heißt es dann, sodass ich errettet ganz fröhlich jubeln kann. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn dir deine Sünden vergeben sind, dann kannst du errettet ganz fröhlich jubeln. Und das wünsche ich dir, dass du, wenn du schon ein Kind Gottes bist, dir das neu bewusst machst, dass du neu fröhlich jubelnd durch diese Woche gehst, weil die Angst dich nicht erreichen kann, weil die Wasserfluten nicht bis zu dir durchdringen. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bring dein Leben noch heute mit Gott in Ordnung. Auf meiner Webseite gabrielhessler.com-Jesus zeige ich dir, wie das geht.